Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt. Der älteste Fanclub Rapids, die Freunde des SCR, hat zur monatlichen Mitgliederversammlung geladen und daraus gleich einen vorgezogenen Stephanitag gemacht, mit einer Ausnahme. Bei uns hat letztes Mal was nicht funktioniert mit einer Terminkollision und jetzt hat es geheißen, dieses Mal kommen die Stephans alle hierher und weil es letztes Mal nicht funktioniert hat, kommt der Andi Marek auch. Natürlich bin ich sehr gerne heute Tag gewesen und mit dabei gewesen.